den beschlag nehmen weil so hat man natürlich immer platz für seine gegenstände. oh was ist denn hier los? das riechst doch schon wieder nach irgendetwas muss man es mal zumachen hier das sag ich doch kommen sie nämlich schon wieder oh eine mine interessant das war so klar dass die wieder kommen nein oh vergeudet nein 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 weil ich rb gedrückt habe ach man ey toll ich habe keine pump gun money ich habe nur diese money ach da hinten oh die sind hier durch das ist doch kacke erinnert mich ein bisschen an jeepes creeper ne aber der will nicht ne boah ich muss da irgendwie hoch ne ich muss in dieses haus rein ok da komme ich nicht lang na ich muss in dieses schweinehaus ne ach Ich renne jetzt einfach durch. Mach auf den Scheiß. Ja, ja, mach zu, Alter. Als wenn ihr die auffällt, ne? Die rennen durch die Häuser ohne Ende, ne? Das hält die überhaupt gar nicht auf, die Leute. Das ist totaler Quatsch. Stehen bleiben. Oh. Keine Sorge. Heben wir mal mit dem Messer. Alter. Puh. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Du bist leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise. Und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Mhm. Na klar. Warum eigentlich... Warum eigentlich ich? Hä? So eine Scheiß. Okay. Da brauchen wir immer noch die Kurbel. Hm. Ja. Wie soll ich denn das Tor öffnen? Ach. Da oben sitzt jemand drauf. Da ist er noch mit der Fackel. Okay. Ach so. Da geht's lang. Okay. Der sitzt da oben drauf und schnabuliert erstmal irgendwas, ne? Hey. Okay. Da kann ich gar nichts machen. Hm. Oh. Da oben ist eine Ziege. Aber wo soll ich denn hin? Ich muss... Warte mal. Da bin ich ja nicht reingekommen, oder? Ja. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Ja klar. Ja klar. Äh. Seid ihr dumm, oder so? Kann ich die Mine hier auswählen? Oh. Kann ich die Mine hier auswählen? Oh. 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 Ja, super. Null Schuss, Alter. Renn nochmal. Gehst du mal rüber über den Scheiß? Alter. Ja, richtig geil. Boah, ich kann nicht mal... Ich kann nicht... Boah, ich hab doch Abwehren gedrückt, Mensch. Nacken. Piss dich. Boah, das gibt's doch gar nicht, Alter. Aber mit Kontrolle ist so kacke. Mit Kontrolle ist so kacke, Alter. Ja. Aber ich hab's da. Ja, ich hätte meine Munition als erstes nicht wegballern müssen, ne? Das war halt wirklich das, was mich... Was mich, ähm... Haltet euch, Vater. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, das Tor wird nicht aufgemacht. Ähm... Joa. Na, ich geh erstmal da hinten, ne? Also ich hoffe, dass die jetzt alle tot sind. Aber ich denke schon, dass die tot sind. Aber man braucht auf alle Fälle sehr, sehr viel Munition, Alter. Oh, da war Schrotmonition. Ah, okay. Das hab ich natürlich nicht gesehen. So viel Muni. Nämlich gar nichts. Soll mal gesagt werden. So, da haben wir das Haus auch fertig. Aber wie komm ich denn da... Wie komm ich denn da ran jetzt? Ich könnte hier lang, ne? Hier runter und dann hier rüber. Da das kaputt machen und dann dorthin, ne? Ne, das wäre auch Quatsch, oder? Das ist schwierig, ey. Man weiß nämlich auch gar nicht, was geht und was geht nicht hier, ne? Also wo kann man hier lang, wo kann man nicht lang? Ja, hier ist auf alle Fälle ein Weg. Da ist ein Tor, ist so, okay. Ist hier vielleicht Ryan? Auch nicht. Da hätte man sich verstecken können. Schade, dass die Mine halt zu wenig gebracht hat, ne? Da hätte ich mehr warten müssen, bis die alle dort sind. Dann hätte es wahrscheinlich mehr gebracht. Ja, das ist komisch. Jetzt sind wir genau hier. Okay, da ist das. Hm. Da ist schon wieder... Warum macht keiner das scheiß Tor auf hier? Da fährt ein Weg hin, führt. Da führt ein Weg hin. Da führt ein Weg hin? Okay. Hm. Okay, dann gehe ich da nochmal lang. Er rennt aber auch nicht immer da rüber, ne? Das ist halt echt Asi. Na, ich müsste hier durch dieses Haus, aber... Ja, und dieser Weg geht doch gar nicht. Da ist doch alles zu. Da, diesen Weg, ja. Aber der... Ne? Kann ich doch nichts kaputt machen. Und hier geht nichts auf. Da, wo der rote Tor ist, eine kleine Gasse. Da ist eine kleine Gasse. Hm. Ach, das meinst du hier wahrscheinlich, oder? Kann nur hier unten sein. Aber da ist ein... Da ist ein Dings, Dings. Äh, da ist ein... Okay, das geht auch nicht auf. Da ist noch Schrott. Wo ist das? Eine rote Tür, okay, das ist eine kleine Gasse. Ach so, da sieht man auf der Karte nicht. Ja, ja, da sieht... Das sieht man nicht auf der Karte. Ja, hier ist nämlich zu. Genau, hier ist nämlich was, ähm, vorgemacht. Ähm. Wir könnten hier zum Vorhängeschloss, aber... Ach, wieder vorbeigerannt. Alter, das ist doch der Hammer. Hier oben ist noch irgendwas. Ah, nee, das ist von... Ah, okay, das ist von der anderen Seite. Das ist ja komisch, ey. Das eine Ding haben wir schon mal. Okay, da brauchen wir einen Crenschlüssel oder irgendwas. Sechsflügiger Schlüssel. Hm, sehr komisch, muss ich sagen. Also wir kommen ja auch nicht mehr hier raus. Das heißt, ja, das muss hier irgendwo sein. Das Tor war auch zu. Es war von der anderen Seite verschlossen. Da ist nochmal Schießpulver. Da kommen wir nicht mehr lang. Hier war das Haus mit der alten. Eine Kobel haben wir auch nicht. Hier kommen wir auch nicht lang. Hm. Und das Tor kriege ich auch nicht auf. Also das haben die wirklich sehr gut versteckt, muss ich sagen. Oder ich bin dahinter einfach zu dumm, diesen Weg zu finden. In der Kirche war ja auch nichts. Nee, da war ja nur dieses. Nee, mit dem Messer kann ich die Schublade nicht aufbrechen. Nee, habe ich schon versucht. Da brauchst du extra so einen Dietrich. Die gibt es extra. Die Dietrichs, also diese Dinger. So, jetzt gucken wir nochmal hier lang. Hier war das nur mit dem Mehl. Hier war sonst gar nichts. Da sind die zusammengebrochen. Da hinten war noch was. So, hier sind sie auch rausgekommen. Hier waren wir aber auch. Drin. Jetzt müssen wir halt alles nochmal abklappern, ne? Oh, guck mal. Da liegen ja Schrottteile. Werden wir uns gleich holen. Na, wo sind sie denn? Hier ist noch ein Haus, aber da komme ich nicht rein. Und da würde irgendwas sein, aber da kann ich gar nicht machen. Na, super Slade. Was geht, Digi? Und jetzt weiß ich natürlich nicht. Und das Tor ist halt zu, ne? Mit die Reden kann ich auch nicht mehr. So, die Monster sind alle tot. Können wir irgendwas machen? Ja, ja. Ach, hier geht's hoch. Oh. Hey, hier lag doch irgendwas. Die können es ja auch mal gelb markieren hier, dass man nicht hochlaufen kann. Das ist doch kacke. Sonst ist immer alles gelb markiert und jetzt auf einmal nicht mehr, oder was? So, mal auf den scheiß Bromsklo hier. Ah, das sieht aber noch sehr sauber aus, muss ich sagen. Dafür, dass das hier voll die kacke ist, ist das noch sehr sauber. So. Meine Güte, das war ja... Das war ja was. Doch. Das war ja was. Kommt. Alles gut. Los, schnell. So. Hehe, wem sagst du das? Mach zu dem Bums und dann ist gut. Vielleicht hätten wir die Viecher auch gar nicht besiegen müssen, die Wehrwürfe, sonst wären wir gleich da hinten lang gelaufen und dann hätten wir gar nicht kämpfen müssen. Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? Alter, es gibt keinen Sinn. Stream, ja. Okay, was war denn los? Wir haben uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Los. Was meinst du denn mit, äh, meinen Nerven? So viel gesuchtet? So, wir dürfen weiter. Ähm, gegebenenfalls hätte ich das gar nicht besiegen müssen, ne? Guck mal, selbst hierfür braucht man... Hier braucht man einen Schraubenzieher. Um da ranzukommen. Das ist das letzte Ding hier. Das ist das letzte Ding. Mal auf den Bums. Bei mir ist alles klar, ja. Bei mir ist alles klar. Ich glaube, es ist meine erste... Also es ist der zweite Tag von meinem Urlaub jetzt, von der ersten Woche. Von daher... Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund. Hau ab. Kein Freund? Wir kennen uns fünf Minuten? Um Himmels Willen, lass uns rein. Sie riechen das Blut, es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ja, bei mir haben wir schon viermal einer schon gestorben. Aber da kann ich das gerne hin und aussehen. Die wollen, dass wir einen Sternen in unser Haus lassen. Hör schon auf. Das ist bitter. Die sind unsere Freunde. Die sind unsere Freunde.